Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar befinden wir uns heute in Pasloek. Im Hintergrund kann man es ganz gut erkennen. Da befindet sich eine alte militärische Anlage. Man kann sogar ganz gutes Geschütz erkennen. Vielleicht sieht man es im Hintergrund. Da kann man ein ganz gutes Geschütz erkennen und wir wollen uns jetzt die Anlage mal anschauen, was es damit so auf sich hat, wie es darin ausschaut und interessant wäre natürlich zu wissen, das könnt ihr in die Kommentare schreiben, zu was die Anlage diente, welchen Sinn und Zweck hatte die Anlage und vor allen Dingen, warum hängen noch die Waffen drin oder warum stehen noch die Waffen drin. Also wir haben uns das alles angeschaut. Man kann die Waffe sogar bewegen. Man braucht nur die passende Munition dazu und dort im Hintergrund liegt praktisch Salzburg. Man könnte praktisch solche Granaten auf Salzburg schießen. Macht man natürlich nicht, aber möglich wäre es, die Waffen stecken noch im Berg. Man kann sich das ganz genau anschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinem Video. Bleibt meinem Kanal treu und wenn man den Kanal noch nicht abonniert hat, kann das natürlich noch tun. Wir haben immer neue Abenteuer auf Lager. Anlage der Musik Anlage der Musik Anlage der Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020